Musik So meine Süßen, wir sind jetzt hier gerade in Hamburg bei Paris Ole und dieses Jahr ist das allererste Mal Hamburg am Start. Ich bin gespannt, was abgeht. Weil es heißt ja immer, der Norden ist ein bisschen kühler. Wobei ich da immer dagegen rede, weil ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit Hamburg. Oh Baby, komm doch her zu mir! Es ist egal, was du mein Herz verlierst! Oh, du machst mich einen Mann aus dir! Dann bekommst du, was du willst von mir! Dann bekommst du alles, was du willst von mir! Große, meine Mädels! Ich habe hier gerade eben gesagt, weil ich bin nachher aufgetreten, Samir. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal Schiss habe, hinter dir aufzutreten. Sagt sie, wieso das? Du hast hier deine Fange-Meinde, die Bierkönig-Gemeinde quasi hier versammelt. Die kennen ja alles. Ich kann nur sagen, Chapeau mir, Julia. Der Auftritt hier war abnormal. War mega geil. Und die Leute wissen, wie sie Party machen. Es war wirklich von der ersten Sekunde an, war eine geile Stimmung am Start. Und darum, es ist wirklich einfach, die Uli-Party sind halt einfach unfassbar geil. Es ist einfach so. Und ihr Hamburg, ihr wart großartig. Mallorca, da bin ich daheim. Also für alle meine Hamburger Homies und Babys und alle aus der Umgebung, denkt dran, holt euch und sichert euch jetzt noch ein Ticket für den 14. Dezember 2017 im DOCS hier in Hamburg. Da reisen wir zwei Stunden lang gemeinsam ab auf meinem ersten eigenen Konzert. Geile Zeit. Tickets gibt's auf. Ihr wisst Bescheid. Tausend Küste. Ich liebe euch. Ich liebe euch.